Ja, ja! 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 Was ist das? Das ist Schutemann! Die menschliche Evolution zusammengefasst. Das ist ein Spiel. Ein runder Lederball in ein Rechteck. Zwei mal elf Typen. Nur die Männchen? Ja, nur Männchen jetzt in diesem Fall. Ja, habt ihr euch auch etwas gelernt, die jungen Männer? Oder ist das ihr Beruf? Nein, das ist dann ihr Beruf. Zum Beispiel hier der Ronaldo. Der kostet 25 Millionen im Jahr. Aber der ist jeden Rappen wert. Ich meine, schau den mal an! Wieso tanzen dort jetzt alle um den schwarzen Angelegenen und machen Gabriele? Jetzt hat der eine der anderen gefallen, um ihn zu tanzen, den Schiri umzustimmen, damit er die Karte wieder zurücknimmt, weil es ungerecht ist. Hat das schon mal geklappt? Nein, also geklappt hat das noch nicht mehr. Ja, ja! Ja! Yes! Wow, du geile Sau! Wuhu! Ja! Ja! Und was sind das für grusige Deckel dort, die man dort am Spielrande sieht? Fussballfans, die legen so die lustigen Hüten an und... Ja gut, jetzt schiesst er einen einen Betart, aber es war ja so... Ja, und jetzt schlägeln sie ein klein. Nein! Hättet ihr eigentlich nicht völlig andere Probleme zu lösen? Zum Beispiel... Kriege, Klimaerwärmung, Hunger... Gott vertelle ich dir! Das ist einfach... Ja, es gibt einfach Leute, die immer nur das Negativen sehen. Der Mr. Mise Peter aus dem Auge, he? Das ist doch jetzt völlig unnichtig! Jetzt schau doch mal die Flanken an! Schau, jetzt gibt es ein Goal! Schau, jetzt warte! Nein! Wieso hat das jetzt nicht gezählt? Ja, es war off-site! Lebst du eigentlich in einem Mond, oder was? Ja... Wieso kennst du meine Adresse? Hast du mich gestalkt, he?